Flora gehts dir jetzt gut? Es läuft sich Havel In Pellets Form Bei Baykirche gibt es nur Pellets und bei Rieper gibt es Gefluckt Na da geht es gut Flora Das muss doch ein leckeres bisschen sein, oder? Leckeres bisschen, weil es mit Salz ein bisschen viel Kalt ist Aha, das ist wie für mich die Erdnüsse Aber das ist ein Pflocker Es fängt zwar Regnen aus dem heiteren Himmel und hier Flora en Untertitelung des ZDF, 2020